Hallöchen, herzlich willkommen zurück hier bei Orcs Mastai auf der Schlucht des Verderns. Leider muss ich feststellen, ich habe das Spiel schon hochgeladen, dass irgendwie jetzt meine Sound-Datei total zerrissen beim Hochladen, also muss ich es nochmal neu bringen. Sorry dafür, ich habe es jetzt erstmal wieder runtergenommen. Diese Aufnahme, ja hier kommen sie. Hier kann ich wieder runterfallen, also vorsichtig, am besten nicht runterfallen. So und ich würde sagen, wir machen dann mal hier noch sowas und da was und hier was. Und sagen wir mal ready, steady go. Hab die Münze jetzt noch nie mehr verbessert, die müsste jetzt Passiv-Münzen raushauen. Theoretisch. Der ist aktiviert, aber irgendwie hat es nicht gemacht. So und jetzt habe ich die Zarikaden und der Aminwagen fährt jetzt immer durch und ballert die alle beiseite. So, wir können dieses Cash einsammeln. Ich habe nochmal sorry für die Aufnahme, ich habe es vorhin mal reingehört, habe geguckt, hä, wurde nur 13 Sekunden geguckt, aber was ist da los? Ich habe dann festgestellt, okay, ich weiß worum, ne? Ist ein Kratzen über meine Aufnahme. Ja, ich will das gerne haben, aber ich bin nicht runterfallen. Ich traue mich nicht. Oh, 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 oh. Die Barley geht los. Die Barley geht los. Alle machen mit. Und dadurch lade ich jetzt einfach mal das Spiel nochmal hoch. Oder ich muss es nochmal neu aufnehmen, weil die Aufnahme konnte ich nicht mehr retten. Also, ich hätte mir ja nie zu Problem gehabt. Weil mit dem Kratzen, das hört sich ja echt schrecklich an. Aber nicht schlimm, dann machen wir halt das Level nochmal. Vielleicht kriegen wir jetzt nochmal fünf Stamm hier vorbei. So, die Schwellen müssen wir halt echt ziemlich zeitig töten. Die rennen sonst durch komplett. So, nächste Bälle, mal gucken, muss er hier lang gehen. Hier sind wir ja eigentlich safe. Oh, kann ich das nicht bauen? Das nicht bauen hier, komm. So, die sollen hier nämlich lang. War das nur einer jetzt? Ja gut, das macht halt so viel Damage. Das lädt nur auf. Dieser Wagen, der räumt jedes Mal weg. Da müsste gleich der nächste Wagen kommen. Da kommt er. Batsch, batsch, batsch. Da sterben sie einfach nur. Es ist halt so. Aber es soll doch eigentlich jetzt Münzen kommen, wenn ich es aktiviere. Ich verstehe ich gerade nicht. So, hinter mir ist alles schick. Und die sind alle tot. So, die Horde freilassen. Kommt als nächstes. Natürlich machen wir das so. So, hier ist safe soweit. Hier wollen wir noch ein paar Fallen hin. Und los geht's. Und ich hoffe mir mal nicht rum zu fallen. So, nur noch tot, nur noch tot und nur noch tot. Zack. Schön in meine Bombe reingelaufen. So muss es sein. Wie sieht es drüben aus? Oh, da kommt jemand. So, haben wir schon noch erledigt. Jetzt. Der Minwagen macht echt so viel. Die Sterne eben war nur unsgehe. Wo muss es sein? Zack, ich bin doch gut. Nur erst und durchkommen auf Sie. Aber ich schieße, man leckte. Und wenn er trotzdem noch durchkommt, der muss erstmal schön durch die Spikes durch. Ich stirb jetzt endlich, dankeschön. So, hier haben wir noch ne Münze. Hier können wir eigentlich noch so was bauen. Und hier sowas, hey, 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 oh guck mal, alle Fallen aktiviert, so richtig, richtig schlecht. So, die wurden fett zerfetzt, und hier drüben, da drüber gekickt, oh, 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 die sind auch alle jetzt gestorben, Mana ist alle, hier wirds eng, aber wo wir das kriegen auch hin. So, ihr müsst auch alle noch sterben bitte, danke. Du noch weg, und du weg, und dann haben wir die Map geschafft, ich hoffe, diesmal ist der Sound besser, ich werd's mir gleich angucken, und mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dahin, tschüssi. Einmal ist durchgekommen, das gibt's doch nicht, bis zur nächsten Folge, ciao. Ciao. Ciao.